Guten Tag, liebe Leute, willkommen mal wieder kurz zu einem Info-Video zu Clash of Clans und zwar gibt es, wie ihr seht, ich lese gerade meine Minen und das auch nicht ohne Grund, ähm, gibt es hier gerade als Event einen, ja, die Sondereigenis wieder, dass man alle Ressourcen, sagen wir mal, für ein Juwel verschieben kann, sozusagen, das gab es ja schon mal das Event und auf jeden Fall würde ich es jedem, ich weiß nicht, wie lange für einen Tag nur, okay, kann man auf jeden Fall machen, ein Juwel, ist jetzt nicht viel, das kriegt man recht schnell durch die Hindernisse raus und die Ressourcen, die man dadurch bekommt, gerade bei den Level-Everminen und so weiter, ist unglaublich, ich habe zwar bisher nur ein Level-Everminen, glaube ich, aber immerhin, ähm, sollte man auf jeden Fall machen, ein Juwel kostet jetzt nicht viel und trotzdem kriegt man richtig kratz viele Ressourcen, braucht man nicht unbedingt erfarmen, ähm, wenn man mal einen Tag keine Lust hat zu farmen, dann lässt man das halt jetzt der Elixiersammler machen und, ja, auf jeden Fall war gerade eine Sörerwartung und das Sonderereignis, ja, mehr kam hier soweit, ich weiß nicht, nein, wirklich nur das Sonderereignis, ähm, und mehr wirklich nicht, okay, ja, dann Leute, boostet eure Sammler, lasst das Sammeln beginnen der Ressourcen, bis zum nächsten Mal, ciao!